so hier seht ihr zum beispiel jetzt die decke ja aber hier habt jetzt zum beispiel mal hier habt ihr zum beispiel jetzt das ist mein fernseher das ist jetzt natürlich relativ groß der ist halt auch tatsache relativ groß hier habe ich meine webcam oder immer noch viel gefragt haben wie schenkt eine webcam und gesehen hat der fernse ist relativ hoch also wirklich viel tiefer kann ich die webcam auch gar nicht wirklich gestalten hat auch mal sieht ja meine lampe das sieht ein bisschen gelblich aus das sieht aber nur daraus weil die lüge und da so ein bisschen gelblich ist dann habe ich noch hier habt ihr natürlich euer selbst ist dann natürlich halt an der wand befestigt oder auch dann coca cola der die bären habt ihr darum noch viele trikots die jetzt durch die lampe nicht seht bin hat relativ großer fußballfan hat zum beispiel galatasaray sieht er da oben zum beispiel von koppel aus der zurkei bekommen da ist eine teekanne sind ein paar mützen und noch ein paar andere teekern ja ansonsten gibt es ja gar nicht auch wirklich viel mehr zu sehen also hier habt ihr quasi ein glastisch war mal ich bin im fernsehen ja selbstverständlich hier da sie zum beispiel den chat der dann immer dadurch rasselt ansonsten gibt es ja wirklich auch gar nicht viel mehr zu sehen also das highlight ist jetzt tatsächlich wirklich der fernseher das ist jetzt der kleine monitor ist ein 34 zoll fernseher nun mal so zum vergleich und da ist das andere stück kann ich jetzt aber gar nicht so gut zeigen ist halt ein ganzes stück größer also ich sitze ungefähr so auf die ist jetzt so ungefähr auf dieser höhe also der fernseher ist bei mir relativ groß so könnte euch das grob vorstellen also so sehe ich das naja eher so ein bisschen ein bisschen größer und so musste tatsächlich auch sein ich werde nachher er wird natürlich wenn wir denn wenn wir dann ich zog auf tv ja das ist ein 50 zoll fernseher auf denen ich gerade da spiele der ist relativ dicht dran also ich sag mal so anderthalb meter könnte grob rechnen aber wie gesagt da werden wir natürlich dann nachher auch noch mal zu einem komplettes video machen ich wollte eigentlich eine rauchen kam es noch gar nicht so viel erzählt habe da werden wir später dann noch mal zu kommen wie gesagt